So Leute und Damen, herzliches Willkommen, eine mit uns hereinspaziert, hereinspaziert Und ich hätte sogar gesagt, einmal kurz den Zwischenstopp, wenn nicht irgendwas natürlich noch dazwischenkommt, ist eh klar Aber, schau mal, da käme mal vorbei So, wissen wir noch, oh, das schaut so aber schön aus Tja, dann müssen wir doch vorbeischauen, oder? Wenn die Ode jetzt sagt, da müssen wir vorbeischauen, da müssen wir es auch, super Oh, schön Marsch, echter Ober Und er macht hier keine Vergnügungstour, oh nein Er wurde vom Oberkommando zu einem Einsatzmeer geschenkt Bezüglich der Details bei Rückfahrten Wobei der Begriff Einsatz auch gehalten Ich fahre jetzt einfach rauf, tja Das hat mich jetzt so eh nicht schon von einem Scheiß drauf Ich bin hier schwer daneben Habt ihr eine Ahnung, woher dieser Oberst kommt? Direkt aus Moskau Ich hab schon lange nicht mehr Ah, zeig dich schon hier, zeig dich schon hier Servais, servais Ah, ok, das ist aber hier auch schon sowas Ja, ich zeig dir was Ach, dieser Staub wird noch mein Tod sein Ah, schön Da werden wir viel X-O-Fetzerei haben Na, dann schauen wir mal rein Am Bestmeter, ja Nett Ha, wieso Das Gefühl kann ich dir gerne geben Oh ja Ich kann ihn nicht sehr gut sehen Ich glaube er hat mich gleich bei meiner Ankunft bemerkt Oh Oh Alles klar wird gemacht Oh, shit. Gut zu wissen. Tut's aber gut geschaut. Tja, okay, einmal vor uns, ja, oma. Alles klar. Jetzt wieso, g'sack, komm, lassen wir's lieber, lassen wir's lieber stehen bei ihr. Weil ich so, ähm, das Auto, weil ich so die Befürchtung habe, wenn wir da jetzt mit dem Auto die ganze Zeit unterwegs sind. Dann, is' Ursch. Und... Offe! 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 Wo ist denn... Wo ist denn die Karte, ist denn die, so... Basselkorb?! Wirce mit der... Freichelt. Ah, da mal wieder nix. Wir haben nur die Scheiß-Fucking-Schrotflinte. Dies ist ein Arsch. Vielleicht drinnen? Muss ja nicht... ...sais... ...aber... Aha. War eh klar. Super. Tschüss. So. Oh, jetzt bitte die Pappen gibt's ja nicht, Leute. Da willst du auch mal in Ruhe shoppen gehen. Bitte. Ah. Oh, tschüss. Okay, ja, wow. Ich komm hier eigentlich rein wegen noch mehr Munition und verliere sogar noch mehr Munition. Perfekt. Perfekt gelöst. Perfekt. Ui. Da kann man sogar noch runtergehen. Ähm... Machen wir den hier? Tja, wieso erwarte ich mir, dass noch einer von den Hurenviechern da drin ist? Ah. Der kann da... Der kann da fix durchgehen. Der soll nicht so... Der soll nicht so deppert sein. Der kann fix da durchgehen, der Wichser. Na, wie auch nicht. So ein Battle, Alter. Wirklich rein gar nichts. Das ist hier wirklich nichts. Das ist hier wirklich nichts. Zum sammeln, what the fuck. Ja, wow. Das ist einer. Ganz toll. Ist aber trotzdem keine Munition. Na, gut. Du wirst... Alter, da kommt... Da kommt einer durch... Da ist der mal pistolerisch. Da kommt jeder Schuchsel durch, ja. Wahnsinn, oder? Aber jeder Schuchsel guckt da durch. Nur er nicht. So. Oh. Dann weg. Kann man da eine? Ja, man kann da eine. Achso. Ja. Doch nicht. Ah, auf der Suche nach Munition der Gemästrichtmeier. Also. Da. Oh fuck. Oh. Jo, ich laufe mal, ich laufe mal, ich laufe mal. Oh, flop, flop. Was? Ist das eine Schlange? Oh, shit. Oh, eine Schlange hier. What the fuck. Ja, wir sollten ja jetzt auch noch eine Ruhe da herumgehen, aber man kann ja nicht wissen. Okay, da geht immer nix. Einfach irgendein Tierchen, das Schlauftier. Das ehrt mich schon einmal. Das ist ein guter Fuck, wie der raufkommen soll. Geh oi, ist mir eh klar so mal neid. So, raufgeg. Na. So, auch nicht drin. Ah, da müssen wir von der Seite dann wieder gehen. Ah, so. Ja, ich, ich geh mal den a bissl lassen weg. Ja, ich, ich geh mal den a bissl lassen weg. Ja, und, und. Und dann gehen wir da schon. Ah. Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder schauen, wie wir da raufkommen haben. Oh, ich kann mir nicht so vorstellen, dass das jetzt so ein Problem sein wird, dass wir da nicht raufkommen. Ja, da. Na schau. Ja, da haben wir eh schon einen Weg raufkommen. Weil da wieder wahrscheinlich nicht raufkommen können. Aber immerhin da. Wow, das wird schon okay. Ah, das ist schon wieder aus der Brust, der Herr Watz in unser Held. Kann einmal einen Kilometer laufen. Heute gibt's nur Beschwerden über unseren Helden. Heute ist der Tag der Beschwerden. Oh. Sei vorsichtig. Der Scharfschütze scheint kein Amateur zu sein. Oh, oh. Ich hab's schon gemerkt. Dankeschön. Gut zu wissen. Oh, fuck. Ich sehe ihn. Einen Moment. Ich glaube, das ist auch nur der eine, oder? Kann es möglich sein, dass es nur der eine ist? Ah, shit. Scheiße. Das Schloss der Waffe ist vollgestaut. Ladehemmung. Ah, mal. Perfekt. So, ich brauch nur irgendwie... Okay, ja, die haben halt Leichen hier, aber nicht die richtigen Leichen. Das geht's mir. Weil, wenn da richtige Leiche da ist mit Schusswaffen-Munition, wäre das richtig nice. Wo ist denn da überhaupt der Tschuxl? Wo ist... Lauf, 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 bevor du noch schierst. Na, immerhin, wir kommen schon immer näher. Wo haben wir denn da? Ich mach nur ganz leid. Hat sie aufgehängt, gell? Und ich hab mir schon gedacht nach dem Update, dass es nicht mehr aufhängt. Wie lange hab ich gespielt? Da haben wir 10 Minuten. Motivation ist überhaupt keine dabei bei Metro mehr. Na, das Spiel hat's mir richtig verdorben. So oft, wie sie das aufgehängt hat, tut's mir wirklich leid. Ich werd's trotzdem noch nicht mehr spielen, aber für mich ist es halt nicht so jung spielbar, wenn du mal eine Session spielen willst. Also, sorry Leute. Na gut. Ähm, ich sag trotzdem mal. Hau dran, bis zur nächsten Folge.